Also du bist doch das Mädchen, das jeden Tag in die Grotte von Massebiel geht. Ja, Monsieur. Du heißt? Bernadette. Also gut, Bernadette. Du siehst die heilige Jungfrau. Ich hab nicht gesagt, dass sie es gewesen ist. Also hast du sie gar nicht gesehen? Kleine Pest! Im Mittelalter hat man nicht rumdiskutiert, da hat man Mädchen wie dich verbrannt! Es ist ganz einfach, Lestrade. Entweder macht sie uns etwas vor, weil sie dazu angestiftet wurde, oder aber sie hat tatsächlich Halluzinationen. Mein Herz ist bei ihr. Gerade weil ich mir wünsche, dass sie die Wahrheit spricht, unterstelle ich ihr die Lüge. Was reden Sie da vor jetzt? Ich sage Ihnen doch, mein Auge kann sehen, ich bin geheilt. Aber das ist unmöglich. Meine Tochter hat mein Gesicht mit dem Wasser von Massebiel benetzt. Heißt das, Sie glauben an Wunder? Als Mann der Wissenschaft? Und Sie, Herr Journalist, glauben Sie an Wunder? Sag mir, Bernadette, das heißt, du hättest Fähigkeiten, dass du Kranke heilst. Ich heile niemanden. Wird dir klar, welches Chaos du verursachst? Du wirst nie mehr zu Gott gehen. Doch, das werde ich. Wie war sie gekleidet? Sie trug ein weißes Kleid, ein weißes Tuch und eine Rose auf jedem Fuß. Schwester Marie Bernhardt, Eure Zuteilung ist nach nirgendwo. Aber ihr werdet für die anderen beten. Ich warne euch, Schwester Marie Bernhardt. Wenn ihr morgen nicht gestorben seid, werde ich euch euren Schleier entziehen. Ihr werdet wohl nie aufhören, Unruhe zu stiften. Unruhe zu stiften. Untertitelung des ZDF, 2020